Hallo, ich bin Jean-Claude Gerold und ich bin der Gast von unserem Frahaut der Frech. Zuerst reden wir von Roger Hossenfurter, in welches es vielleicht war, war es um drei Tage lang gestorben, war es 90 Jahre alt, aber wir kommen jetzt zurück auf die Lava von dem ungläubigen Velofor. Er hat lange dreht Klunzwaren. Er ist schließlich Veloforer, aber ein lustiger Veloforer hat Klunz auf dem Velo. Roger Hossenfurt, hat eine Nien-X-Wedon-Tragmort. Roger Hossenforder, ist so entfügt, denn der Anfang. Hassen gagne den Sprint des petits groupes de poursuivants, impetueux und fantaisist. Er ist in der Tatte des Tours. 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 Oder Er ist in der Tatte des Tours Der Tours der Tours est Magnifique. Ich schlafe mit dedans. Ich war im Monat. Ich stande nach poner yn teygldag. In Frankrinc telefonπαardede wer die Toursохöse. collecting deken implemented замalt und habe ich gesagt. Er hat mir der Tatte des Borscht das ein perしました. Er war gestiegen und habe ich ein Blas eitczaig! Und er sagte Gott verdammel, sie sei pein einsAMn Das habe ich ihm letztendlich auf die Nase geschlagen. Roger begann das Velo auf einer komischen Fassung. Er ging mal einen läsen Spaziergang. Auf der Plastik durch Schuhe war er eine Velo ran. Der Karser-Vortrag war immer ein lustiger Bauer. Er sagte, ich finde, ich fahre schneller. Dann hat er zu ihm gesagt, geh doch mal die Velo fahren. Zeig mir, was du kannst. Dann hat er ein Velo bekommen von einem. Er macht die Piste chronometer und hat die beste Zeit gemacht. Der Erfolg von Roger-Hosen-Vortrag ist vielmals nur an der Vorderkant. Im Gesomte hat er 8 Etappes gewonnen auf dem Tour de France. Die Hälfte und eine 56. Und doch hat er zuerst nicht so lange mitgemacht. Dann bin ich doch zueinander an der T-Pare. Dann habe ich ihn ein Gehörwärtssagen weiss ich. Und dann hat er gesagt, wenn das seriös wäre, könnte ich die jetzt selektionieren. Dann ist einer krank geworden diese Nacht. Ich muss mit 11 ab. Dann sage ich, ich könne mich nehmen. Dann habe ich gesagt, ich verspreche, ich bin seriös. Und dann habe ich kein Kleider, gar nichts, kein Velo. Dann haben sie mir alles gelernt. Und wer gewinnt nicht vier Etappen, bin ich an der 56. Und er hat auch auf Kriterium ein Grand Prix gelangst. Seine Schenstanziege sind aber 200 Euren Kölner gekolten an 55 und 57 auf dem Tour. Die Etappes haben den Rangfort bekommen. Und auf der Piste an Colmar, an St. Fort-der-Triumphesément, er bekommt die Recompense der Wünsche. Auf dem Velodrum hat der Elzasser-Fahrer Die Generation hat inspiriert. Als er reinkommen ist, er fragte, Hurra, komm! Unsere Vödet kommt. Bis fast alle Leute haben es sicher gesehen, als er gewendet. Als Regno-Apretour gesehen haben, oder vielmals am Karfreitag war er immer die grosse Vödet. Wir waren als dreidäusigst Ziescheuer da. Wir haben gesehen. Er hat Musik gemacht, der Cinema, alles, aber er hatte auch eine Klasse für das Mal. Er hat einen Moliner gebrochen, er hat gesagt, dass der Bobet schon nicht in der Schule spielt. Der Bobet hat gerade in Polen mit ihm getan, aber sie sind wieder zusammengekommen. Er hat gesagt, es ist für das Leben, der Roger. Bei einem Zeitpunkt von Roger ist viel widerscht aus der Sportwelt. Seine Hochzeit wurde sogar von unserer Kamera gefilmt. Jetzt gibt es die Unterschrift. Jetzt ist viel oben. Auf. Es ist gemacht. Seine Karriere hat sich der Rosen auf den Jörg beschäftigt. Ich gehe alle Tage praktisch in den Wald. Ich muss in den Wald, sonst gehe ich heim, gehe ich in Kabut. Hier ist der Kuckuck und Bliemel und alles. Das ist wunderbar. Er hat in der Gegend von Gaisersparks in Sporadis gefunden. Da hat er lange Jahre mit seiner Freude an Wirtschaft gehalten. Die Jungen, wenn ihr Velofahrer oder so, sind alle zum Roger in den Mann erlassen, oder es ist auch die Jukebox drin gewesen. Und auch sind viele Touristen auf Gaisersparks gekommen, die gefreut haben, ob sie den Roger kennen, und sie auch, durch das in die Wirtschaft zu kommen. Doch der Roger hat doch etwas gemacht, für mehr Touristen auf Gaisersparks zu kommen. Wir haben Ihre Region besucht. Ah, gut? Wir sind sehr gut. Und ihr wisst mich nicht? Ihr wisst mich? Ihr wisst mich? Ja, ihr wisst mich. Das ist ein Forderer. Das ist ein Forderer. Das ist ein Forderer. All diese Sachen. Ich mache auch ein neues Projekt. Wo kommst du her? Ich bin kein Niederbrunner. Ich komme zum Krummen. Und wenn es nicht fällt, dann brauchst du nicht kommen. Bist du frach oder frech? Ich bin frech. Ein Leberfrescher. Mit Humor. Wo fällst du dich daheim? Überall. Denn ich schaue keine Grenzen. Schlappen oder Wanderschuhe? Auch Schlappen. Meer oder Gebirge? Jetzt durch lieber das Gebirge mit Schlappen, oder? Was erwartest du von der neuen Kollektivität Alsace? Ich habe schon gesehen, wir haben eine neue Erfahrung. Es ist ein Bratschel, habe ich gesehen. Da denke ich, dass wir vielleicht mit den Lothringern wieder ein Problem kriegen. Die können kein Bratschel essen. Sie kriegen den Knopf nicht rauf in der Mitte. Red dich jetzt auf im Alsace? Existieren noch. Es ist alles dort. Was ist glücklich für dich? Wenn man mit sich selber zufrieden ist. Und wenn du Zauberer wärst, was würdest du dich ändern? Ja, dass die, die sich ein bisschen mehr ans Platz machen, von denen wir ohne sind. Das war's. Das war's. Das war's.